Die Anlagen verrotteten, es wurde nicht viel für die Sanierung unternommen. In den letzten Jahren und Monaten hat sich das natürlich gewandelt. Die BSG unternimmt große Anstrengungen, um dort auch Fortschritte zu erreichen. Dafür habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner gewinnen können. Hier ist Frank Kühne, unser Vorstandsvorsitzender. Frank Kühne, dass du gekommen bist. Ja, Hackeballtag, viele Leute, die mich heute engagieren, da geht einem als Vorstandsvorsitzenden schon das Herz auf, oder? Ja, das ist ja durchaus überraschend, wenn wir Leute sich bereit erklären, hier zu arbeiten, um den Arbeiter-Votermann zu bringen, uns dabei zu machen, zu tun. Da sind wir stolz drauf. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rüber auf Platz 3, denn dort gibt es einiges Neues zu erzählen, oder? Ja, wir haben einiges Weg dort, das können wir uns aber jetzt gerne mal anschauen. Das machen wir, dann gehen wir mal los. Ja, hier hinten sah es ja letztens auch noch ganz schlimm aus auf der Tenne. Da ist ja auch einiges passiert, oder? Jawohl, durch die ganzen Hänge, die waren alle zugewachsen. Und da haben wir viel investiert, durch die ganzen Hänge zu befreien von dem Wildwuchs. Und ja, man sieht jetzt das Ergebnis. Und es wird dann noch schöner aussehen, wenn dann der neue Kunstrasen hier steht. Ja, also es ist schon gigantisch, sag ich mal so gut. Das klappt die letzten 25 Jahre nicht aus. Stichwort Kunstrasen, was ist denn da so der Stand? Ganz kurz und knackig. Da stand es so, wir hatten ja noch das Problem, das Oberflächenwasser abzuleiten. Und da ist da hinten ein Bauerngraben. Und da müssen wir durch den Hang durch. Und da müssen wir nochmal einen Bauantrag stellen. Das läuft jetzt alles. Und der fertige Bauantrag wird in anderthalb Wochen abgegeben. Somit, dass wir damit rechnen, dass wir vielleicht Baubeginn im Mai loslegen können. Das ist aber, wenn man das so mitkriegt, unheimlich aufwendig, so einen Antrag und so einen Kunstrasen zu bauen. Das haben auch schon andere gemerkt, ne? Ja, das ist natürlich, man muss natürlich eines wissen. Wir sind ja im Landschaftsschutzgebiet, bewegen wir uns. Und da gibt es besondere Auflagen. Und ja, das ist nun mal halt so. Das braucht alles eine Zeit. Und ja, wir sind aber kurz vorm Ziel. Ich denke mal, da haben wir viel, viel Arbeit hinter uns. Und das Ergebnis wird sich dann hoffentlich in ein Dreivierteljahr zeigen. Da werden sich die Trainingsbedingungen natürlich dramatisch verbessern. Da wartet die Mannschaft schon lange drauf, ne? Ja, natürlich ist das natürlich, wenn man hier den Kunstrasen sieht und man nach der heutigen Generation draufspielen, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das muss man natürlich wissen. Man muss ja sagen, hier befinden wir uns ja eigentlich in einem Areal. Das war ja mal geplant als neues Stadion für 30.000 Zuschauer, hier diese Welle und so. Ja, ich habe auch noch zu Hause eine Landkarte. Da ist das auch eingezeichnet als neues Stadion schon. Und ja, das war mal so geplant. Können wir eigentlich mal dran aufsetzen, wenn wir dann in der... Ach, reden wir nicht von sowas, oder? Wir wollen ja schon mal den Kunstrasen haben. Genau. Ja, wenn man hier das Gelände so sieht, ist ja sehr, sehr weitläufig unsere schönen Plätze hier hinten im Wald. Aber das macht auch viel Arbeit, ne? Da hinten können unsere Platzworte ein Lied davon singen, oder? Ja, das ist natürlich viel, viel Wiese und viel Hang. Und entweder man lässt es wachsen, wie es wächst, oder man tut ein bisschen investieren. Und tut natürlich, wenn die... Sollen natürlich immer beim Torschuss auch die Tore treffen. Aber das klappt nicht immer so. Und deswegen, wenn die Bälle dann immer reinfallen in dieses Dickicht... Wir haben, glaube ich, weil wir das bereinigt haben, glaube ich, über 30, 40 Bälle gefunden noch. Die schon älter wie 15, 20 Jahre alt sind. Also das sagt auch, wenn das letzte Mal hier mal richtig Planie gemacht worden ist. Da können wir die alle ins Museum gehen, ins Chemiemuseum, oder? Dann, das könnten wir machen auf alle Fälle. Aber bitte beim Herrn Westerburg melden. So, jetzt gehen wir mal zu Platz 3 und schauen mal, was es da Neues gibt, oder? Genau. Schon wieder zugeschlossen. So, bitte sehr. Dankeschön. Tja, hier haben wir früher immer oft gestanden an der Ecke und haben uns mit Freunden getroffen. Wie war es bei dir? Ja, ich stand nicht ganz auf der Ecke, ich stand ein bisschen mehr in der Nähe zum Tor. Und da haben wir schon sehr viele Freunde getroffen. Wann war so deine Zeit als aktiver Fan von BIS? Wo ich richtig aktiv war, dann bin ich seit 72 vereinzelt erstmal schon mal so rangekommen. Und bin dann, sag ich mal, ab 74 dann sehr regelmäßig und 75 fast jedes Spiel. Und wann bist du dann gewechselt in die besseren Etagen, wenn man das so sagen kann? Ja, das ging eigentlich mit meiner Selbstständigkeit los. Das war dann nach der Wende. Ja, und ja, dann sozusagen mit beim FC Sachsen dann Club 200 mitgegründet. Ja, und hab dann so eher so mit dem Hintergrund ein bisschen so versucht, sag ich mal, zu helfen. Unter anderem ja auch die Meistermannschaft aus Beton, zu der wir jetzt gerade kommen. Da weiß ich ja noch, das wurde ja organisiert von dir und einigen anderen. Und dann wurden die ja aufgestellt. Kannst du dich noch daran erinnern? Da kann ich mich ganz genau daran erinnern. Da saßen wir in der Sachsenstube. Und da wollten wir irgendwas für diese Jahrfeier machen. Und dann kam irgendeiner auf die Idee und hat gesagt, es gab mal auch einen Fan, der hieß Jens Fuge, der hatte mal die Idee gehabt, die DDR-Zeiten schon, die Jungs hier nach Leutsch zu holen. Und dann hab ich gesagt, stopp, das ist so eine super Idee, gib mir mal die Telefonnummer von denen, wo die lagern. Und dann hab ich mich, ich war damals noch Trainer im Fuchsein und hab damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, in der Trainingszeit mit dem Herrn telefoniert. Also ich hatte vorher am Tag schon ein paar Mal versucht und er hat genau zur Trainingszeit zurückgerufen. Und dann haben wir in einer Abhandlung von drei Tagen, konnten wir das dann umsetzen, wo er sein Ja-Wort gegeben hat, dass wir die Spieler käuflich erwerben können. Dann hat er sie hergebracht und dann wurden sie hier... Dann haben wir das mit der Firma Braun aus Fuchsheim, ja, und dann los. Ich hatte einen Autoanhänger, so einen Autoabschlepper, mit vier Autos drauf passen und dann haben wir Strohballen genommen und dann haben wir die, sag mal, hierher transportiert. Da kann ich mich noch dran erinnern, dann hatten wir einen Bagger, der hat sich ja hochgefahren und hat ja die ganzen Stufen eingedrückt. Ja, dann musste ich noch nach Liebert-Wolkitz fahren, weil wir jetzt noch welche Leute brauchten, die, das kurzfristig war ja in der Woche, war ja dann schon die Veranstaltung, die Treppe da instand setzen. Ja, wie es so ist, dann bin ich mal beim Bäckerei Esrich noch hingefahren, da waren immer mal welche so, die jetzt arbeitslos waren und so und da habe ich einen Transporter geschnappt, da habe ich die Vierer hinten rein, ein paar Schaufeln, ein paar Hacken, hier rausgefahren und dann haben die in 24 Stunden die Treppe wieder instand gesetzt. Ja, ein bisschen schwund ist immer, ne? Ja, ja, nee, es war schon damals auch so eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft und heute sind wir stolz, dass wir hier stehen. Jetzt sind wir hier hinter der Tribüne, das ist ja auch eine Baustelle, die schon lange existiert, da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, eh, die wieder richtig freigegeben werden können, oder? Ja, wir sind auch kurz vorm Ziel, das ist eigentlich so, wie man hier sieht, die Türen, die Tore, die werden neu gemacht und auch die Fenster werden neu gemacht, das ist noch so eine Voraussetzung dafür, dass sie das freigeben. Das ist aber eine Arbeit, das soll eigentlich dieses Jahr noch vollendet werden, so dass wir in der Rückrunde, sage ich mal, die Tribüne wieder voll nutzen können. Voll nutzen heißt, wie viele Plätze? Das wären dann 500. Das ist ja aber nicht die ursprüngliche Maximalkapazität, die war ja bei knapp 1000, glaube ich. Ja, ist richtig, aber das hat was dann mit der Erweiterung des Stadions zu tun, also beziehungsweise mit der Zuschauererweiterung, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, eine größere Baustelle. Wir sind froh, dass wir das 500 frei bekommen und da ist die Grundvoraussetzung noch diese Tore und die Fenster. Und das sind hier die guten Stücke, ne? Das sind die guten Stücke, ja, das ist unsere neueste Errungenschaft. Das ist auch nochmal Quantensprung für den Platz hier, da das Licht hier eine Katastrophe war, um abends zu trainieren. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz gut gelungen mit der Lösung für die nächsten Jahre, ja, vor allem bei uns. Das sind ja transportable Teile und die geben richtig dolles Licht. Gestern Abend war ich hier, habt ihr es gesehen, also das ist schon wirklich ein Riesenunterschied. Was habt ihr da euch einfallen lassen müssen, was kostet sowas, kann man darüber sprechen? Gut, die Masten, das war immer unterschiedlich, weil wir die Leuchten zusätzlich geholt haben zu den Masten, ja. Das sind ja mobile, mobile gibt es bloß zu einer bestimmten Höhe, das sind 9,99 Meter. Und dazu die Leuchtmittel, die auch die Qualität haben, um den Platz dementsprechend auszuleuchten, dass hier ordentliche Trainingsbedingungen herrschen. Und da haben wir uns ja beraten lassen und das sind LED-Leuchten, die auf dem Verbrauch her uns nicht ganz so strapazieren. Ja, ich denke mal, da ist die Qualität schon gegenüber dem anderen Licht enorm gestiegen. Und da kann man dann auch nicht mehr sagen, man sieht nicht mehr, wenn die Flanken in den Strafraum fallen und kann das nicht ordentlich trainieren. Da haben wir, glaube ich, jedes Alibi genommen. Aber ich denke schon, die Jungs haben selbst unter den anderen Bedingungen ordentlich trainiert. Sicherlich ist das nicht so perfekt, wenn normales Licht da ist. Aber wir mussten uns ja mit den Gegebenheiten zufrieden gehen. Und jahrelang hat es ja auch funktioniert. Die Mannschaft war auch erfolgreich gewesen, trotz des Lichtes. Also deswegen, aber es ist ja trotzdem auch für die Kids und allgemein wichtig, dass wir hier ordentliche Trainingsbedingungen haben. Und die haben wir jetzt geschaffen. Und da denke ich mal, sind wir in den nächsten Jahren auch erstmal wieder gut aufgestellt. Ja, und man kann ja auch sagen, wenn die Mannschaft das bis jetzt prima gemacht hat, dann stehen uns ja goldene Zeiten bevor. Ja, immerhin sind wir noch ein Amateurverein. Ja, und da liegen wir natürlich auch bestimmten Bedingungen. Da sind wir nun mal nicht ausgenommen. Ja, aber trotz alledem werden wir alles dafür tun, dass wir sportlich wie wirtschaftlich ordentlich arbeiten. Und die Ergebnisse dementsprechend auch liefern. Jetzt habe ich da hinten gesehen, da ist so ein bisschen Tribünenbauwerk. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist auch eine mobile Tribüne. Die haben wir auch uns angeschafft, weil teilweise die Eltern hier auf der Wiese sitzen oder im Dreck. Kinder spielen im Dreck, die haben keine Möglichkeit, wo sie sich hinsetzen, weil ja überwiegend, gerade im Kleinfeldbereich, die Spiele hier stattfinden. Und auch da haben wir eine Lösung gefunden und die wird dementsprechend auch noch aufgebaut. Ja, auch da haben wir auch einen nächsten Schritt gemacht. Ja, vielen Dank, Frank. Wir haben viel Interessantes Neues erfahren. Wir bleiben dran. Das war auch nicht das Letzte, was hier geschieht. Im Gegenteil, ganz viele Dinge stehen an. Da gibt es vieles zu berichten in Zukunft. Wie gesagt, wir werden euch weiter informieren.